Und wie versprochen hier sind wir wieder. Classic Mode. Ja, wen haben wir denn jetzt eigentlich noch überhaupt nicht genommen? Fox, Pikachu, Peach, Zelda, Ice Climbers, Pummelove. Link hat mich schon. Hab ich gefehlt. Decay auch noch nicht. Decay ist doch ganz cool. Ich würde ja mal Decay. Weil irgendwie vor den anderen hab ich Angst. Weil, ganz ehrlich, so Ice Climbers? Ice Climbers ist cool. Ja, die machen übelsten Schaden. Das ist eine coole Attacke, wenn der viel Prozent hat. Das war doch ja 1000 Mann Match oder sowas. Die ganze Zeit diese Attacke gemacht und über Zweifel gekommen. Du willst mit dem Schwert kämpfen, bitte. Echt ey. Beste? Und dann Appau, ne? Ganz schön feige. Ja, würde schon mal meinen. Laserschwert. Kann ich das Laserschwert mitnehmen in den nächsten Fall? Nein. Das wäre doch cool. Das heißt, was du gerade in der Hand mitnehmen kannst. Ja, wenn du aber mit dem Base-Vorschläger aus dem Match rausgehst, bist du unfair, oder? Wieso? Der B-Schlag ist halt auch wie bei Samus übelst geil. Den man aufladen kann. Ja. Genau der. Da, siehst du. Oh! Gib ihm! Oh! Oh! Alter Schwerte, geflockt. Ja, also... Oh! Ja, die haben's... die... die... die Attacken sind aufeinander getroffen. Und, 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 und? Home Run König! Es gibt noch 600 Punkte. Ja, naja, gut. Aber es macht Spaß! Das Festen hat mehr gegeben, glaub ich. Ja? Dann schieß gar nicht drauf, glaube ich. Na ja, 100, glaub ich. Ui, zieh schon hin. Okay, alles Neukampf-Attacken. Go! Ja, wirft doch ne Banane. Schwerfällig. Das ist halt auch schwer. Letze Kick. Ich wiss gar nicht, ob's bei bestimmten Zeiten dann noch was gibt. Wahrscheinlich. Irgendwelche Trophäen, oder sowas. Diese Klatsch-Attacke, und die trifft, ist auch der Hammer, find ich. Ja, naja, alle allgemein. Doch, das seid... zeitliche Klatschen. Ui, oh! Ich dachte schon, da kommt nix mehr. Ja. Ja. Ich auch, oder? Hä? Ja, muss mal höher. Alter, du bist ein Affe! Das wirst du doch mal schaffen können! Doch, so zu viel eigentlich. Ach, das ist ja schon letztes Jahr. War jetzt nicht so anspruchsvoll. Das hab ich mir grad auch so gedacht, also... Ich dachte, da unten kommt da noch mal einer. Nicht irgendwas irgendwie wirklich so um der Ecke springen, oder ähnliches? Naja, aber du hast ja nicht wirklich Möglichkeiten. Du hast ja nix zum Werfen, oder Schießen, oder sonst so irgendwas. Naja, irgendwie schon festgestellt. Ja, hol doch mal die Bananen raus, hab ich dir gesagt. Oh Gott! Ich weiß, ob euch denn nicht glauben soll, dass die Diddy kommen, oder so. Na, kann der Bananen werfen? In Brawl? Ich bin mir grade gar nicht sicher. Doch, ich glaube, in Brawl sein wie Spezialattacke. Puh! Na, 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 na! Alter Schwede! Wie ich einfach mal fail? Du bist nur jetzt grad zurückgeflogen. Bomben. Bombenkapsel, oder? Ja. Ja, das ist deine Kapsel, Samus. Der hat es tatsächlich noch geschafft zu nehmen. Oh Mann ey! So ne Scheiße, ja! Alter! Samus! Das heißt zusammen! Das klappt halt nix ey! Der setzt sich grade ziemlich... Ja... Spielt ganz schön mit mir rum, ne? Alter! Aus der Luft gefischt! Nicht schlecht! Nicht schlecht! Nicht schlecht! Ach, wieso kommt denn hier so viele Items? Da drüben waren grad drei Kisten! Alter! Der tötet mich nochmal! Der tötet mich nochmal! Kommt nicht runter, ey! Naja, der tötet mich einfach so! Gut! Was ist hier noch los? Da war! Ne, nicht mal! Habt euch! Alter! Ich krieg's nicht gebacken, ey! Naja, Donkey Kongi ist halt langsamer als die anderen! Ja, aber! Er setzt sich ja ein mit am anderen! Ich konnte auch keine Combo auch noch... Am Anfang vor allen Dingen hab ich ganz gut gespielt! Dann kam die Bombe dann war ich raus! Ja! Bombeabgang! Ja, und ich wusste ja nicht, ich konnte nicht mehr springen! Also ich weiß nicht, ob ich schon zweimal gesprungen war! Oh! Entschuldigung, wie ist denn Joschi? Ich hab drei und drei erstmal den Schlag auf, während die anderen den beschäftigen! Ne, ne! Ich beschäftige! Jetzt geht's! Oh ne, steht doch nicht! Bei uns! Essen! Uuuuh! Uuuuh! Die Attacke ist so der Hammer, wenn du den erstmal am Boden festfinden kannst! Weil das ist wie gesagt, den Schlag aufladen! Ja! Dann am Boden festfinden! Immer troffer! Der fliegt zwar nicht weg, weil er gepinnt ist, aber kriegt so derbe Prozent! Ja! Das hätt ich vielleicht auch gegen Samus machen sollen! Der Schlag ist zumindest schneller! Der Schlag nach unten? Ja! Stimmt! Da könnte sich was an einer anderen Plattform festhalten! Haha! Klingst du doch! Nein! Haha! Scheiße! Ich hatte kurz überlegt, dass in der Herzen springt! Ja! Und dann sah ich, dass die anderen auch in Schein geht! Doppel Fail! Das ist doch mal ein schöner Spielball! Boah! Haha! Das sieht ja geil aus! Kennst du was ich meine? Ja! Was? Ich treffe nicht! Ja! Ja! Der hat so eine kleine Hitbox! Immer einfach den Pokéball und beendest! Ach! Da ist er! Ja doch! Das nehme ich doch auch mal! Der war irgendwie... Ja, warum hörst du nicht immer auf mich? Der hat deine A3 auch gepinnt, würde man meinen! Ja, aber ist weggeflogen dabei! Ja! Hahaha! Was tun wir das? Drück in die Nest! Ah! Kommt eine her! Da läuft nichts! Da läuft nichts! Da läuft nichts! Boah! Jetzt ernster! Das ist gut! Ich hab Glück gehabt! Ich bin in diesem Metall Dom gekommen! Das ist besser! Möööööööööööööööö... noch fünf noch vier nein noch sechs fünf sehr gut du hast du blöd schön angefasst mit den riesen tatschen aber es war nicht schlecht einfach mal mit 0 prozent hast du direkt über den himmel geworben was nein oder gibt es ja wohl eine gute vorlage wird er ja komm mit deinem leben wirst du aber hinkriegen erst noch metall und dann der hand na klar ganz wahr zeigen dass du es gilt hast ja ja das habe ich vorhin schon bewiesen gegen sagen muss auch gleich zwei leben gelassen auf die anderen stufen nehmen sollen ein helikopter kann das ja es nicht er ist echt sehr schwerfällig nur sagen so wo meinest du gibt es schon zwei hier nein ein zweier noch ich glaube hier auch schon ich glaube auch schon zwei münzen aber wie gesagt ich glaube 25.000 punkte oder sowas in der art das kann sein dass du pro tür an der vorbeigehst 5000 punkte kriegst oder zweieinhalb oder so was die kommt immer irgendwo auf die plattform können sie schon mal neue neu machen ja einfach so runtergefallen da hat auch immer was wobei bei dongy kong ich das greifen probieren könnte es aber einfach erstmal potente das war schön gedacht diese peinchenkette ist auch merkwürdig bei dem schieb dann wie da kommt noch komplett also hoch naja das wusste ich nicht man kann die vollkommen bewegen frei ja na ich gerne dass das hier ausgeworfen wird und dann nochmal so ein bisschen hin und her geschleutert und dann nochmal so ein bisschen hin und her geschleutert ja komm herr du süßer Affe wollen wir eine Leine nehmen? ein Leben easy win ich glaub an dich du bist ein witzende super eigentlich ich kriege oh da gehts gleich los aha ich hatte keinen Sprung mehr Achtung! Achtung! Okay, schon! Hä? Eifer, eifer! Zu früh! Nein! Warum? Sag's mir! Warum? Kann das sein? Vielleicht ja noch ein Leben hat! Kann das sein! Oh, fuck! 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 Ich glaube, das reicht, wenn du eine normale Meisterhand besiegst, oder? Ne, ich muss beide besiegen. Und der Tor! Ui! Ja, Hammer ausgewichen! Uuuu! Ein Prozent! Ist klar! Siehste? Sag ich doch! Ne, ne, es geht weiter! Oh nein! Ernsthaft? Ich kenne die Attacken von der nicht! Wüsstest du eigentlich, dass es, äh, so wie ein Zähler gibt, dass deine Attacken nicht dauerhaft stark sind? Das, ne, das wiederholte Attacken nicht so viel? Ja! Uch! Ich müsste viel Schaden machen! Jetzt irgendwas zum Schießen haben! Wär so geil! Oh! Oh, nein! Oh, fuck! Alter! Ich bin müll aufgeregt, muss ich sagen! Die ist schneller! Nein, 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 nein! Nein, das war's! Nein, das war's! Nein, das war's! Oh, gut, gut, gut! Oh, das war's! Ah, ich bin aufbauen! Nein, 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 nein! Ah! Mach nach unten! Mach nach unten! Mach nach unten! Nein, das war's! Die wirft zur Seite, glaub ich! Ja! Fuck! Das war übelst knapp! Klar machen wir's nochmal! Ist doch kein Problem! Alter! Warum kriege ich die zweite Meisterhand immer? Leute, erzählts mir! Also, ich glaube, der runter muss mir echt... ... hier den Dorn runter regeln! Ach! Was das Emotion ist! Das ist nicht Emotion ist! Das ist übrigens über Steuerless! Ach! Aber auf ist! Aua, aua! Ach! Du auf ist, mit über Steuerless! Oh, jetzt war's fast gebraucht! ja wir haben uns gegenseitig Schaden gemacht Gravel? alter Schwede guter HIT das ist der HIT du bist mit 123% gestorben, ob das funktioniert 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 warum gibt das Schaden? ich weiß nicht, aber dann irgendwie dein Schild durchbrechen durchbrechen schon das ja nicht das ist so wie Gravel am Ende so früh? naja das ist auch die Konzentrationenbild weg, muss ich sagen das hat ja immer komplett aufgebraucht, oder? ja, lass mich durch da lässt du sich mal so 174% geben reicht! Mann ey, ich hätt's gern mal geschafft es gibt bestimmt übelste Punkte das glaub ich auch ich dachte mir nur so ja, weil beim letzten mal war's ja wirklich diese Theorie es ist die 149% Grenze ja, war's ja nicht 141% also Schildschützer F值 naja, aber DKay geschafft und es ist eine wunderschöne statue so dann versuchen wir den rekord von 28 aber doch da ziehe ich noch 23 war nicht ordentlich Congratulation! Hier ist DK! Congratulation! Riesen-Banane! Banana! In diesem Sinne, Leute, kriegen wir noch Erfolge! Juhu! DK trifft ihr hier! Und kein weiter! Ja, in diesem Sinne, sehen wir uns im nächsten Classic-Runde! Bis zum nächsten Mal!